Heute sind wir auf den kostenlosen Steppplätzen in Chalon-sur-Saône, Frankreich. Hallo und Willkommen. Ich bin Freisteh-Heidi. Es ist ein Parkplatz mit Fähr- und Entsorgung an einer gut verfahrenden Straße. Für Ruhe und Schönheit gibt es hier keine Punkte. Wenn das Wohnmobil zu klein ist. Die Fähr- und Entsorgung funktioniert. Und mit der Brücke immer eine Orientierung, wo wir zu Hause sind. Direkt am Stellplatz ein großes Freizeitgelände. Es fand ein großes Pool-Turnier statt, was viel Spaß machte. Nachbarplatz ein großer Spielplatz. Auch ein gepflegter Park. Alles tipptopp. Danach gibt es noch ein Tiergehege. Hier ist noch ein weiterer Parkplatz, der gerne von uns Campern genutzt wird. Und schon sind wir Richtung City unterwegs. Fußgängerzone mit vielen Gassen. Fußgängerzone mit vielen Gassen. Vielfalt an kleinen Geschäften. Wunderbar. Cafes und natürlich Lokale. Hier lässt sich gut leben. Schwester io. Das war's für heute. Am Stadtrand gibt es dann die großen Einkaufszentren. Endlich mal eine gescheite Frisur. Im Zentrum die Kirche. Der Fluss, Ruhezone, Grünfläche. Schöne Stadt, schöner Fluss. Der Hafen, leider nicht für die Öffentlichkeit. Die Anfahrt. Wir kommen über die N70. Dann geht es weiter auf der Day 5a. Die Anfahrt. Die Anfahrt. Die Anfahrt. Über die Brücke, danach direkt links. 400 Metern, biegen Sie im Kreisverkehr links ab. Vierte Ausfahrt. Biegen Sie im Kreisverkehr links ab. Vierte Ausfahrt. Nehmen Sie die Ausfahrt. Dann Ankunft. Und schon sind wir am Ziel. Danke für den Besuch. Ich hoffe es hat gefallen. Adios. Gut bei. Oder. Tschüss. п